gut und schön dass ihr wieder mit dabei sein bei trauen an liberty der kampagne wir machen hier weiter alle leute die bock haben oh ich habe mich nicht zu erinneren mein Name ist glenn naja, es ist alles für meine traur ich konnte nicht hier einfach nicht verlassen weil ich mich so schrecklich über sie meine traur Marcia ist die Kapitän der Sandworm Raidgruppe sie intende zu catchen Queen Bolandir aber es ist zu gefährlich, sie ist zu schrecklich Marcia has never truly experienced the horror of that monster not like me i lost my leg to the beast and then the wound festered and I died ordinary people like us are no match for her what? you don't know Queen Bolandir oh, she's a dreadful monster who sweeps through the desert search around the sandworm lair and you'll find traces of the mother you'll understand why I'm so worried when you see for yourself what it leaves behind afterwards go to her group's campsite and try to convince my daughter please she has no idea what she's up against ah, the sandstorm hatcherin okay schauen wir uns das mal an oh einsammeln Heilpilz den nehmen wir natürlich noch mit und dann sind wir im Lande Raketen bei Dune oder bei Dune da gibt es ja auch diese wenn man in Dune Dune das zieht es aus jetzt hängt es hier fest, ne? hm da kommst du da kommst du es sei der unten wo ist denn der Pilz hier unten, oh man diese Karte, ne? die geht mir so oft die die größte bitte ich frage mal wie weit ich muss weg na es geht noch folgen wir der Straße da entlang da habe ich mich als Vogel verwandelt, ne? ein riesengroßer ja Vogel ich wollte schon sagen, das ist ein Kogobo Kogobo aber ne, wir sind ja hier nicht Final... äh Final... Final Fantasy oh Gott, was laber ich denn Mist dran Warnung Warnung das ist der große Korridor durch den Queen Blandia römt in die Risiken in deinem Leben geh zurück von woher du kamst oh, da ist ein Spinner oh, da ist ein Spinner oh mein, ich bin fertig oh, ich bin komplett vergründet weil ich die Queen Blandia zuerst ging um sie zu suchen in der Hoffnung, dass ich etwas aber dann sah ich eine Karte von Fragmenten in einem Pid mit dem Sandwurm die Karte hat sich von Fragmenten von den Menschen und die Menschen die sie vergründete gesehen, dass ich sie nicht wundere für sie mehr alle sagten, dass ich mich glücklich sein sollte dass ich mit meinem Leben aber jetzt bin ich vergründet und habe ein großes Geld zu bezahlen Queen Blandia sie vergründete meine Leben in der Nacht du besser bist auch du kannst sein die Sandwurm es hier aber also nähern wir uns wo ist denn das jetzt wir sind weiter weg ne wieder zurück muss ich hier hoch oder oh gibt es Pilze zu sammeln die nehme ich noch mit wenn ich sie kriege wenn wir mit Was ist das? Was ist die Wegfindung so kompliziert? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So dass man es gleich findet. Ah, die Knochenhaufen, ne? Oh, die Knochenhaufen. Oh, die Knochenhaufen. Kann ich sagen, wir sehen. Jetzt? Ein Schlag! Komisch, dass ich mich anwesseln kann. Nochmal hinfliegen. Ich muss fliehen. Muss ich hier raus. Ich muss gar nicht helfen. Oh, die Knochenhaufen. 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 Das ist gut. Oh, die Knochenhaufen. Oh, die Knochenhaufen. Das ist das. Oh, die Knochenhaufen. Oh, das ist das. Oh, die Knochenhaufen. So. Okay. Muss ich mal hier runter. da kommen sie mir gleich glauben laufe ich mit dem chicken wing darum also das spiel hat mich schon gefesselt das ist schon ein shirt lasst mir Stürche will die Kampagne machen ihr Fisches mal die Karamanische doch okay ab hier muss laufen ja ja ihr ligt ex, ne, ok? Ich weiß nicht, warum ein komplett strangerer wie dich ist so für meine Sicherheit, aber was wir hier machen? Jeder, der in diesem Bereich in diesem Bereich hat etwas Precious verloren, wegen der Queen Belandia. Sie sind immer noch. Wir kämpfen damit, dass diese Tragedie endlich endet. Ich habe ein Detail-Plan gemacht. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du den Journal in meiner Barriks schauen. Die Anfängerung hat sich über die Queen Belandia in ihrem Anfänger gefangen, um sie zu erzeugen. Wenn es nicht für die Wälder Josefine-Kraft gewesen wäre, könnten sie sich nicht zu erzeugen. Du hast dann aus Marcia Richhild, die Frau Glenn und Sandwurm-Grupp-Grupp. Du hast sie versucht, um sie zu erzeugen, um ihre Planung zu erzeugen, um die Queen Belandia zu erzeugen. Aber sie hat sie nicht zu erzeugen. Der Vogelgeil. Ich bin Marcia Richhild. Ich schweige auf meine Leben, um die Queen Belandia zu erzeugen. Hm. Stein, der Opfer. Okay. Ach, da liegt das drin. Hm. Das ist ein alter Holzmesser. Komm, hip ab. Ein. Der fliegt mich hoch, ne? Das war's für heute. So, nicht ablenken lassen, weitermachen. Ich will schon wieder Tierschen schlachten. Und da bist du. Und da bist du mit Marcia? Sie hat sie gewartet, zu stoppen die König-Belande? Schönen Sieg. Jetzt, was ich tun? Wer weiß, was mit Marcia passieren könnte, wenn ich einfach so etwas verletze. Und da bist du. 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 Okay. Lass es uns angehen. durch die wüste die friedenszone noch bin ich alleine noch ist alles friedlich kein antritt klar nämlich jagt oder so was oder der fand ich gegenüber mir ist so können wir wieder reden ich sehe wenn das die intenten der raidegruppe ich würde also du meinst zu begrüßen die sinnvolle säz der raidegruppe genau glaube ich glaube dass wir das tun können schreibt in einem seiner buch dass die die zu zu den kräfen als Rohstoffe für Mana Produktion. Mit dem Potenzialen Sandwurm Poison Sack und der Magik Amplification Gehr, kannst du ein Gerät aus dem Gerät aus dem Gerät aus dem Gerät aus dem Gerät aus der Können Belandir. Wenn das nicht funktioniert, musst du deine eigenen Gerät aus dem Gerät aus dem Gerät auskennen. Es ist wahr, dass das Gerät aus dem Gerät aus dem Gerät aus dem Gerät aus der gleichen Sorte aus dem Gerät aus dem Gerät aus dem Gerät aus. Wann du das? Was? Queen Belandir's power was derived from a Starfragment. Fundamentally, the same as your own. So you really didn't know. Starfragments themselves are nothing more than a pure form of power. If someone with evil intent uses one, they can make a monster as fearsome as Queen Belandir. I'm sure that there are more monsters in this world created from Starfragments. Let's try making a luring trap first. While I'm away looking for the lure magic schema, go collect bristled armadillo scales and potent poison sacks. You can easily find plenty of armadillos in the moonlight desert, but if you defeat them recklessly, the scales will end up getting ruined. First, make sure they're stunned by the trap before you go to kill them. That way, you'll be able to get the bristled scales in good condition. Sandworms make stronger poison when they are young. But it's difficult to quietly sneak up on them because they're so wary. There is a resistance force that guards the Sandworm Hatchery near its lair. Maybe we could ask them for help. Josephine recalled some passages in Clay's book, and found a way to lure Queen Belandir. She also informed you that the source of Queen Belandir's power was something known as a Starfragment. Though Starfragments contain pure power, someone created a monster called Queen Belandir out of evil intent. First of all, make sure they're so wary of the ... ... Was ist das? Was ist das, was ist das? Was ist das, was ist das? Da ist er! Was ist das, was anderes noch machen? Was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das, was ist das? erst mal den käfer weg machen this is a sandworm hatchery it's a dangerous place so usually you're looking for poison sacks then you'll need to find the baby sandworms but they are very sensitive and it'd be difficult to approach them hey do you know how to shape good maybe you could shape shift yourself into an insect you know what if you promise to help me I will guide the way good I'll brief you the details jetzt bin ich ein insect oder was eine riesenameuse now let me ask you a favor you can get hope you can get potent poison sacks from baby sandworms shape shift into an insect and approach them what I need is a sand wie soll ich zum insect werden hmm so Sollte aber ich habe doch kein insekt weiß nicht wie ich mich in einsekt verwandeln soll ich habe einen ein ich auch ich habe baby sandwärms und die das die ich habe ein das das ist es es da was denn como es es geht auch ok selber geht ok 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 Okay, eins hab ich. Noch einmal. Muss ich mir das eine schon mal geben? Äh? Ist das schon wieder so ein Bug oder was? I don't know, liebe Leute, ich hab keine Ahnung. Es geht weiter. Alien ist auf einmal, oder? Oh! 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 What the? Help me! Help! Oh! Oh oh oh! ich drücke doch den gründer so Römische Sicht. Römische Musik. Die Würmer sind stabil, ne? Die Würmer sind stabil, ne? Ja, kackwurm. Boah, es gibt doch gerne. Ja, kackwurm. Ja, kackwurm. Ja, kackwurm. Ja, kackwurm. Ja, kackwurm. Ja, kackwurm. Victor. Einmal das hier, die Giftwasser. Ja, kackwurm. 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 Kackwurm. Ja, kackwurm. Ja, kackwurm. Ja, kackwurm. Ja, kackwurm. Runford . So haben wir ein Kaktein ein. Hack? Schönen Moment Noch so Ey Gleich bin ich am Arsch Uiuiuiuiui Ach, ich hab schon alles, ich wollte jetzt noch weiter einsammeln Wird ja nicht aufgepasst, ne? Habt ihr mir jetzt eben ganz schön gegeben, ah, die Die scheiß Schlangen Ach, ich hab schon ist gut ich bin schon level 33 muss mich aber hochschaffe auf level 50 ich finde es die welt ist richtig gut gemacht wenn man sich hier alles mal anguckt noch eins nimm jetzt auch noch mit kaum nimmt das ding daran mit dem griff spielen na klar machen wir mal noch noch Oh, Mio! Oh. Es ist wichtig, nicht nur die Größe der Sandpartikel genutzt für die Pure Elemental-Fusion-Stone, sondern auch, ob sie ihre eigenen Impurten sind. Moonlit-Sand-Crystals können sehr guter Partikel genutzt werden und sind der puresten der Kind. Okay. Ich teleportiere mich, mein Lieber. Was wollte ich denn noch? Bisschen Umlauf. So komisch. In der Mondlichtwüste. Ey. Gork? Der Gork? Gork? Die Fische sind ganz im Motiviert hier. Ich warte, hast du noch die Materialien bekommen? Wir müssen es schnell machen, bevor die Impurten korruptieren die Materialien. Erstmal, wir grünen die Moonlit-Sand-Crystals und spüren die Dust auf eine Heated-Platte. Dann, wir entfüren den Wind-Element in der Kaktus-Water, und... ... das Hordens es für die Pure Elemental-Fusion-Stone. Jetzt, wir engreben ein Magic Schema für Luring-Monsters und legen die Stone in der Device. Da! Es ist ein Erfolg! Hier geht's. Das ist der Device für Luring-Queen Belandia. Install die Device woher du willst, und dann pressen die Remote-Control-Button. Nachdem, der Level von Mana in der Device wird erhöht, bis zum Maximum-Limit. Queen Belandia will sensen die Power und machen ihre Weg da. Jetzt, hier geht's wie es. Schauen wir uns das mal an hier. Die Entsperrung? Damals drehen. Damals ziehen. Wie ich erwähnt habe, habe ich das Device für Luring-Queen Belandia gemacht, damit es remote kontrolliert wird. Queen Belandia wird bald, nach dem Knopf zu pressen. Was ist die Option-Limit. So machen Sie sicher, dass Sie sich in einem Ort sicherer Ort befinden. Also, ich wünsche Ihnen viel Glück. Wir haben die Möglichkeit, die Funktion-Limit. Die Funktion-Limit ist für Luring-Elemental-Fusion-Stone. Die Device für Luring-Queen Belandia ist fertig. Nachdem, die Device-Limit ist, du pressen die Remote-Control-Button an zu erhöhen, um die Mana-Emittlung zu ermitteln und die Energie zu erzeugen. Die Remote-Control muss auf eine Minimum-Safe-Distance von der Device. muss ich jetzt ein riesenblatt machen und dann der macht mich blatt ne ich bin level 30 geworden ja wenn man hier level 50 fängt das spiel so richtig an glaube ich dann heißt es anfangen so richtig zu looten und zu leveln und zu machen und zu tun material in kraften rüstungen kraft nun verkaufen und dann die gelder hoch zu ziehen naja aber schauen wie das weitergeht mal hier reden mal da reden mal hier Sie sind in der Sandwurm-Hatcherie jetzt. Wenn wir die Queen Belandia holen, müssen wir sie zurückkommen, damit wir können, gemeinsam zu retten. Meine Truppen arbeiten jetzt um die Zahl der Sandwürmer zu reduzieren. Sie werden nicht zurückkommen, bis sie erreichen ihre Objektivität zu erreichen. Wenn Sie rauskommen und helfen mit ihrer Mission, werden sie schnell zurückkommen. Das ist für Sie. Jeder bringt ihr sehr gut in diese Mission. Alles, was wir lernen, während der Operation-Plan in der Eastern Gathering-Camp-Site ist. Ich bin sicher, dass es dir auch helfen wird. Nach dem Luring-Device lernen wollte Marcia sofort die Queen Belandia holen. Aber um das zu tun zu tun, ist eine vollständige Offensive mit dem gesamten Sandwurm-Raid-Grupp. Und die meisten der Truppen sind bereits aktiv in der Sandwurm-Hatcherie. Marcias Truppen brauchen Hilfe, um den Job zu Ende und schnell zurückzukommen. Ja, helfen wir mal dazu, oder? Helfen ist mein zweiter Name. Helfen ist mein zweiter Name. Ah! Jetzt. Die Wildkraut. Ok. Du musst' die Wildkraut aufheben. achte drin das ameisen ich wieder nicht angezeigt doch hier ganz leicht und ganz dezent ich brauche eine ameise ich habe da eben eine ameise gesehen bei der unten aber der spinne mir zu krass hier ich muss zurück ich bin falsch nicht wieso bin ich dort ich bin bei der oase gelandet das will ich doch gar nicht das will ich doch gar nicht gehen wir mal den weg entlang der linken seite auf der anderen strafe muss aber sein das ist doch was am eisenloch was sind denn die lösche alles unter mir muss irgendwie runter kein eingang es müsste unter mir sein hier geht es runter hier 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 sind die wäsche hier 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 ich will mir den stark weil die ameisen gehen wieder zurück oder muss ja hoch ja gehst du da hinten raus? das könntest du aber auch ein bisschen anders da machen da beamen wir uns dahin hä? Jun! Oh Mann! Oh, jetzt wird's hier angezeigt. Was ist denn das? Hier rein. Hm. The Sandworm Raid Group regularly carries out operations to reduce the Sandworm population. Once these beginn, all but essential members of the squad remain in the Sandworm hatchery and only return when the mission is complete. The best and only way to get the squad members to come back is to help them complete their operation quickly. Es gibt wieder eine etwas längere Folge, aber macht nix. Wer Bock hat, kann sich anschauen, wer nicht. Bull hat einfach mal ein bisschen vor, ne? Ja. Ich bin warten. Dankeschön, meine Truppe zurückgekommen früher als erwähnt. Die Zeit hat sich um den Plan. Wir haben schon so viele Schrauben für die Queen Belandia. Sie werden nicht mehr auf die Schrauben. Sie werden nicht mehr auf die Schrauben bevorstehen. Aber ich würde mich für die Schrauben einfach haben. Aber mit dem Luring- Du hast du beherzelt, wir können sie dort dort mitzellen, wie wie wir sie. Okay, ich markiere die Location auf dem Plast. Du kannst da dort, finden die Schrauben in der Schrauben und installieren die Schrauben. Okay. Wir werden uns vorbereiten, zu schrauben sie in der Schrauben. in der hopes of catching Queen Belandia. Unfortunately, it had proved useless, with the Queen never showing up at it. With the new luring device however, she could be attracted to the trap and captured as planned. I look up here on the left, and that's how it looks, that's how it looks like. So. Let's go on. Even the fearsome beast would struggle to survive, if caught there during the blast. The luring device was installed in a chest, placed in the center of the trap. Was ist da jetzt was? Ja, wo ist denn die? Jetzt steht sie doch wieder da oben. Was soll denn das? Ist das ein Bug? Na, ganz oben. Man muss wieder da hin. Und rüber fliegen. Ja. Ja. Wir rufen den König. Ja. Wir rufen den König. Da ist sie. Eis. FIRE! Finally! wir haben den noch gar nicht besiegt ist abgehauen so nochmal anschwitzen jetzt so wir können das so 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 Marcia succeeded in critically injuring Queen Bolandia, and felt confident that the next battle against her would be the last. When she learned all of this stemmed from her ghostly father's request, she was filled with bittersweet gratitude. A stone engraved with the names of all those killed by Queen Bolandia, rests on one side of the camp. This memorial only honors the officially identified victims, so it is impossible to guess how many more fell prey to her over the years. Oh, do you have business in Lasla? Then I'd like to ask you one last fever. If you are ever in the- Thank you. Give-